Guck auf, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Vildrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artillerie feiern ist. Hören Sie den Beschuss nicht? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Olau... Dude, what? Shams is in Russia, man. It's a joke. Yeah, I don't have a right. Can you come pick me up? Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadkamp. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffe von Führung sofort aufringen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steht zwölf Kilometer vom Stadkamp. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erminden eine Eisenbahnbrücke über die Ola. Ach, unsherr!